Musik Die Teleakademie ist heute beim Deutsch-Amerikanischen Institut in Heidelberg. Dr. Michael Lüders studierte arabische Literatur, Islamwissenschaft, Politologie und Publizistik. Er war langjähriger Nahost-Korrespondent der Wochenzeitung Die Zeit und lebt als freier Publizist, Politik- und Wirtschaftsberater in Berlin. Dr. Michael Lüders spricht zum Thema, wer den Wind sät, was westliche Politik im Orient anrichtet. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, heute zu Ihnen reden zu dürfen. Sie sind sehr zahlreich erschienen und das ist natürlich eine besondere Herausforderung, denn ich möchte, dass Sie am Ende des Abends das Gefühl haben, dass es sich auch wirklich gelohnt hat, dass es Spaß gemacht hat, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, auch wenn es natürlich eine ernste Angelegenheit ist, über die ich berichten möchte. Eine Sache ist noch nicht gelungen bei vielen Vorträgen. Zum Ende hin werde ich immer aufgefordert, auch einmal das Positive zu erläutern, nach dem Motto, wo ist denn jetzt der Outlook in Richtung Happy End. Und an diesem Kapitel arbeite ich noch. Wenn man sich die westliche Politik anschaut, mit Blick auf die Verhältnisse im Nahen und Mittleren Osten, dann muss man sagen, dass sie nicht unschuldig ist für viele Krisen und für vieles, was dort ungut in der Region abläuft. Und um die Hintergründe zu verstehen, muss man ein bisschen zurückgehen in die Geschichte. Wie Sie wissen, hat der Kolonialismus der westlichen Welt, vor allem der Briten und der Franzosen, viel Unheil angerichtet. In dem Nahen Osten, in Nordafrika, im Fernen Osten. Aber nicht über die koloniale Vergangenheit will ich berichten, die sich natürlich insoweit fortsetzt, auch in der Gegenwart, weil diese koloniale Vergangenheit ursprüngliche historisch gewachsene Strukturen in der Wirtschaft und in der Politik, im gesellschaftlichen Miteinander zerstört hat. Und diese Zerstörung setzt sich fort bis in die Gegenwart. Wenn man sich die Frage stellt, warum es die Bestialität geben kann eines islamischen Staates, wie wir ihn heute erleben, dann kann man diese Frage nicht glaubwürdig beantworten, ohne darauf zu schauen, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass diese Organisation so stark werden konnte. Und da sind wir schon mitten in der Thematik, nämlich beim islamischen Staat und der Verursachung dieser Probleme durch die amerikanische Militärintervention 2003 im Irak. Wenn man das Ganze aus der Vogelperspektive betrachtet, aus heutiger Sicht, dann kann man sagen, dass die westlichen Interventionen in der Region in immer kürzeren Abfolgen immer größere Auswirkungen haben. Die Ursünde, und damit beginnt auch mein Buch, Wer den Wind seht, in der Region war im Grunde genommen der Militärputsch gegen den demokratisch gewählten Premierminister im Iran, Mossadegh, der 1953 hinweggeputscht wurde, gemeinsam von der CIA und dem britischen MI6, weil er zwei Jahre zuvor, 1951, die Erdölindustrie im Iran verstaatlicht hatte. Und dies war aus Sicht der Briten natürlich ein Skandal, denn sie profitierten enorm von ihrem Zugriff, ihrem kolonialen Zugriff auf die Erdölreserven im Iran, im Westiran an der Grenze zum Irak. Und das meiste Erdöl, das bis in die späten 50er Jahre hinein in Europa verkauft wurde, stammte aus der Raffinerie von Abadan im Iran. Und der Iran war also ein ganz wichtiger Exporteur von Erdöl, aber die Kolonialmächte Großbritannien und andere, mit ihnen die USA, nach dem Zweiten Weltkrieg, haben sie, die Amerikaner, die alten Kolonialmächte im Nahen und Mittleren Osten als die dominante Hegemonialmacht abgelöst. Über diese Dinge zu berichten, ist nicht ein Exkurs in die Vergangenheit aus der Perspektive eines Historikers, nach dem Motto, es ist lange her, was geht es uns an, sondern das, was 1953 seinen Anfang genommen hat durch diesen Putsch gegen Mossadegh, es setzt sich fort bis in die Gegenwart. Mossadegh war ein demokratisch gewählter Premierminister, der die Unterstützung der Iraner hatte, die überhaupt gar nicht auf Revolutionen getrimmt waren. Sie wollten eigentlich nur soziale Gerechtigkeit und eine gerechte Aufteilung der Erdöleinnahmen. Das waren aber die Briten nicht gewillt, ihnen zu gewähren. Und Winston Churchill war es, der dann unter anderem die Idee fasste, durch einen Militärputsch gegen Mossadegh dafür zu sorgen, dass dieser Unruhestifter von der Macht entfernt wird, obwohl er, wie man heute sagen würde, unsere westlichen Werte teilte. Er war ein provestlicher Machthaber, Herrscher, Premierminister, dem revolutionäre oder linke Umtriebe fremd waren. Aber er war eben aus gutem Grund für soziale Gerechtigkeit. Die Briten haben extreme Gewinne abgeschöpft aus der iranischen Erdölindustrie. Und die Ära des Kolonialismus war nun schon ans Ende gekommen, was die Briten aber nicht so recht einsehen mochten. Winston Churchill und sein Außenminister Anthony Eden waren aber klug genug zu erkennen, dass sie diesen Putsch gegen Mossadegh nicht mit alleiniger Kraft in Eigenregie würden bewerkstelligen können. Dafür brauchten sie die Unterstützung einer anderen, der neuen hegemonialen Macht in der Region, in der arabisch-islamischen Welt. Und das waren die USA. Die USA wollten aber zunächst gar nicht einen solchen Putsch durchführen. Es musste erst ein Wahlsieg der Republikaner kommen, bis sich dann die amerikanische Politik gegenüber Mossadegh änderte. Mossadegh hatte zwar die Erdölindustrie verstaatlicht, war aber in den USA trotzdem zunächst gerne gelitten unter der Ägide der Demokraten. Und Time hat ihn 1951 sogar zum Man of the Year gekürt. Er galt also nicht als linker Revoluzzer in keiner Weise. Im Gegenteil, Time Magazine bescheinigte ihm wirklich ernsthafte Reformen angehen zu wollen. Er wurde dann also in einem Putsch beseitigt. Wir wissen seit kurzem, wie sich das im Einzelnen abgespielt hat. Ich gehe darauf in meinem Buch auch ein. Das ist wirklich sehr interessant zu lesen. Diese Dokumente sind 60 Jahre nach dem Putsch 2013 ins Internet gestellt worden von der George Washington Universität in Washington. Durch den Freedom of Information Act in den USA war es möglich, den größten Teil dieser Dokumente deklassifizieren zu können und sie eben zugänglich zu machen, bis auf wenige Ausnahmen. Einige Dinge sind immer noch geheim gehalten. Und wenn man diese Protokolle liest, dann hat man wirklich das Gefühl, man befindet sich mitten in einem Thriller. Es ist hochinteressant zu sehen, mit welcher Professionalität und mit welchem Zynismus ein solcher Putsch gegen ein demokratisch gewähltes Regierungsoberhaupt durchgeführt wird. Man braucht dafür die Makro-Ebene und eine Mikro-Ebene. Man muss das sozusagen mittelfristig vorbereiten, indem man zum Beispiel Mossadegh über längere Zeit hinweg in den Medien gezielt dämonisiert hat, ihn als Unperson schlechthin dargestellt hat, um auf diese Art und Weise die Öffentlichkeit einzustimmen auf den bevorstehenden Putsch. Und dann braucht man natürlich auch lokale Akteure vor Ort, die diesen Putsch beflügeln. Also hat man Offiziere, Generäle gekauft. Man hat Straßengesindel herangezogen, um Unruhe zu schüren auf den Straßen von Teheran. Das alles kann man im Detail nachlesen. Ich gebe das in dem Buch auch wieder. Das liest sich sehr vertraut. Denn es ist interessant zu sehen, dass Anthony Eden etwas getan hat als Erster, was wir eigentlich bis in die Gegenwart beobachten können, wenn ein Politiker nicht nur in der arabisch-islamischen Welt, aus welchen Gründen auch immer, in Ungnade fällt, indem man ihn nämlich dämonisiert und ihn gleichsetzt mit Hitler. Anthony Eden wurde nicht müde, immer wieder zu betonen, dass Mossadegh ein zweiter Hitler sei, der darauf abziele, die Welt in den Abgrund zu reißen. Er würde einseitig hetzen gegen die westliche Wertegemeinschaft. Übrigens nicht nur Mossadegh, der gestürzte iranische Premier, wurde als zweiter Hitler apostrophiert, sondern auch Gamal Abdel Nasser, der ägyptische Präsident, weil er 1956, drei Jahre später, dann den Suezkanal verstaatlichte, sehr zum Unbild der französischen und britischen Aktionäre, denen der Suezkanal gehörte. Auch er wurde als Hitler inszeniert. Und interessant ist, die Terminologie, die verwendet wurde, es wurde immer wieder darauf verwiesen, dass diese Akteure, Mossadegh wie auch Nasser, irrational seien, fanatisch, anti-westlich, sie seien nicht brechenbar in ihrer Aggressivität, sie seien hasserfüllt und man könne mit ihnen in der Sache gar nicht sich auseinandersetzen. Wenn man das im Original liest, dann kann man das eigentlich eins zu eins aussetzen, ersetzen, die Figuren, um die es geht, mit anderen Akteuren, die später aufgetaucht sind, darunter eben Saddam Hussein oder Gaddafi oder Bashar al-Assad, der syrische Herrscher, aber auch Hugo Chavez in Venezuela, auch nicht gerade ein Liebling amerikanischer Politik, findet sich darin wieder und nicht zuletzt Wladimir Putin. Es ist fast dieselbe Terminologie damals wie heute, wenn es darum geht, einen Gegner zu Unpersonen zu stilisieren, in Vorbereitung auf eine militärische Intervention oder einen Waffengang, der dann die Verhältnisse so bereinigen soll, dass sie im Interesse der westlichen Akteure, namentlich der USA, als die dominante Macht in der Region, die Hegemonialmacht schlechthin, diese Spielregeln haben sich also bis in die Gegenwart hinein kaum verändert. Nach dem Sturz von Nossadek kam wer an die Macht? Der Schar von Persien, ein großer Darling in den hiesigen Medien, nicht zuletzt aufgrund seiner reizenden Frau, die die Gazetten füllte in den 60er Jahren insbesondere als besonders attraktiv. Und der Schar war hier immer so recht positiv gesehen, wurde aber Mitauslöser dann der Studentenrevolte. 1967 Unruhen in Berlin in diesem Zusammenhang. Wir erinnern uns, und Rudi Dutschke, der damals angeschossen wurde, und Benno Onusorg, der ums Leben kam, das alles war ja im Umfeld auch des Scharbesuches damals in Berlin geschehen. Der Schar war im Westen natürlich ein gern gesehener Gast, denn der Schar war jemand, der uneingeschränkt amerikanischen westlichen Vorstellungen entsprochen hat, in der Politik, die er betrieb. Er wurde zum engsten und wichtigsten Verbündeten der USA und Israels in der Region. Er erfüllte gleich mehrere strategische Funktionen für westliche Politik. Zum einen war er ein wichtiger Verbündeter, neben Israel der wichtigste des Westens, in der Region, direkt an der Südgrenze der damaligen Sowjetunion. Und gleichzeitig sorgte der Schar mit seinem Sicherheitsapparat dafür, dass alle demokratischen, nationalistisch orientierten Bewegungen nicht nur im Iran verfolgt wurden, sondern mittelfristig eben auch in der Nachbarschaft niedergehalten wurden. Er war also ein sehr, sehr enger Verbündeter, aber der Schar hat es nicht geschafft, sein Land zu modernisieren. Er hat Modernisierung von oben betrieben, unter anderem, indem er auch auf die Atomenergie gesetzt hat, die 1957 im Iran Einzug hielt, sehr frühzeitig also. Damals sehr zur Freude der westlichen Investoren, die ihm gerne alles Mögliche an Waffen verkauften. Er war bis zu seinem Sturz der größte Einkäufer amerikanischer Waffen in der Region, also ein großer Darling westlicher Politik. Allerdings im Innern hat er überwiegend mit Repressionen geherrscht. Er hatte jenseits der Oberschicht und seines unmittelbaren Machtapparates, für den vor allem der Sabak steht, ein sehr brutaler und gefürchteter Geheimdienst, der ausgebildet wurde von den USA und von Israel, hatte er eigentlich keinen Rückhalt in der eigenen Bevölkerung. Und aus dem Umfeld von Klerus und Bazar kam es dann zu der iranischen Revolution, die 1979 diese Diktatur des Schahs hinwegfegte. Und hier nun schließt sich die Kreis. Es gibt eigentlich keinen Historiker, der bestreiten würde, dass die Islamische Revolution von 1979 nicht die verspätete Antwort gewesen wäre auf den Putsch gegen den demokratisch gewählten Premierminister Mossadegh. Nicht nur er wurde 1953 hinweggeputscht, sondern auch die Strukturen der demokratischen Entwicklung im Iran wurden zerstört durch diesen Putsch und die nachfolgende Diktatur des Schahs, sodass eben nur noch der Klerus überblieb neben dem Bazar als Agent des sozialen Wandels. Und die haben dann sozusagen zur Tat, sie sind sie geschritten mit dem Ergebnis, dass es zur islamischen Revolution kam. Und sie wissen, dass aus Sicht der Mullahs damals jedenfalls es den großen und den kleinen Satan gab, nämlich die USA und Israel, und diese Apostrophierung erklärt sich vor dem Hintergrund der engen Zusammenarbeit der USA und Israels mit dem Geheimdienstapparat des Schahs. Das ist gewissermaßen die Retourkutsche der Mullahs gewesen, dass sie eben sehr stark anti-amerikanisch und anti-israelisch in ihrer Politik ausgerichtet waren, zum Teil noch immer sind, obwohl das nachlässt. Aber man muss diese Zusammenhänge kennen, weil man sonst zu falschen Ergebnissen kommt in der Beurteilung der Politik der jeweiligen Akteure in der Region. Wichtig ist festzuhalten, und das ist wirklich eine sehr zentrale Aussage, ohne den Putsch gegen Mossadegh 1953, hätte es 1979 die iranische Revolution nicht gegeben. Diese islamische Revolution wiederum, die Machtübernahme von Ayatollah Khomeini, wurde zum Big Bang, wenn man will, des politischen Islam. Also einer Entwicklung innerhalb des Islam, wo Kleriker den Islam politisch deuteten und ihn zu einer Waffe schmiedeten in der politischen Auseinandersetzung. Zwar ist die iranische Revolution eine schiitische Revolution gewesen oder eine Revolte, die von Schiiten getragen worden ist. Sie wissen, es gibt in der islamischen Welt zwei große Gruppierungen, Strömungen, die Sunniten und die Schiiten. Die Sunniten sind die Mehrheitsströmung. Sie stellen etwa 90 Prozent der 1,6 Milliarden Muslime weltweit, während die Schiiten etwa 10 Prozent ausmachen. Die Schiiten leben überwiegend im Irak, im Iran, im Libanon, Bahrain und Aserbaidschan. In diesen genannten Ländern stellen sie die Bevölkerungsmehrheit. Obwohl es viele Differenzen gibt, zumindest in der Gegenwart zwischen Sunniten und Schiiten, muss man doch sagen, dass durch diese Revolution von Khomeini dann doch der Funke der Revolte im Namen des Islam übergriff auch auf die sunnitischen Teile der arabisch-islamischen Welt. Und es ist interessant zu sehen, wenn man das Ganze vogelperspektivisch betrachtet, wie sehr das eine Ereignis in das nächste hineingreift und wie sehr auf einmal eine Kette aus Kausalitäten entsteht, die vermutlich keiner der Akteure bedacht hatte, die 1953 der Meinung waren, es sei eine gute Idee, dem geschichtlichen Verlauf in der Region ein bisschen nachzuhelfen. 1979 war eine historische Zäsur nicht nur mit Blick auf die Revolution im Iran, sondern es gab noch ein zweites Großereignis in der Weltpolitik in jenem Jahr. Das war der Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan. Und damals war die offizielle Darstellung die, dass die Sowjets Afghanistan besetzt hätten, um das Land zu unterjochen und um dieses Land in den sowjetischen Machtbereich hineinzufügen. Es gab auch innenpolitische Entwicklungen, unter anderem die Machtübernahme der kommunistischen Partei, in Afghanistan diesen Einmarsch erklären. Aber aus heutiger Sicht wissen wir, ich zeige das in dem Buch, um das es hier heute geht, auch, dass die Amerikaner eigentlich sehr clever die Sowjets in eine Falle gelockt haben in Afghanistan, denn sie wollten, dass die Sowjets in Afghanistan einmarschieren und sie haben alles dafür getan, dass dies auch geschieht. Es gibt ein bemerkenswertes Interview, dass Spigniew Brzezinski, der über mehrere Jahrzehnte hinweg Sicherheitsberater war und ist mehrerer amerikanischer Präsidenten, unter anderem auch von Jimmy Carter, der damals Präsident war, und der sagte 1998, in einem bemerkenswert offenem Interview mit der französischen Zeitschrift Le Nouvelle Observateur, wie die Amerikaner das alles eingefädelt haben, damit die Sowjets in Afghanistan einmarschieren, wohlwissend, dass sie diesen Krieg nicht gewinnen können und dass es die Kräfte der Sowjetunion überfordern würde und dann auf diese Art und Weise das Fiasko in Afghanistan beitragen würde zum Untergang der Sowjetunion. Und der Fragesteller fragt unter anderem ihn, Spigniew Brzezinski, den Sicherheitsberater der USA, ja, aber sie haben doch, indem sie dieses getan haben, doch im Grunde genommen die Büchse der Pandora geöffnet, weil nämlich radikale Islamisten hier hervorgetreten sind. Und das kann doch nicht in ihrem Interesse sein. 1998 war dieses Interview und die Antwort von Spigniew Brzezinski lautete, was ist denn für die Weltgeschichte von größerer Bedeutung, der Untergang der Sowjetunion oder ein paar fanatisierte Muslime irgendwo auf der Welt. Und das ist ein sehr bemerkenswertes Interview, ich zitiere das ja ausführlich, weil es eben im Grunde genommen eine Ignoranz offenbart, für die die USA letztendlich teuer bezahlt haben. Denn klar, man mag die Dinge oberflächlich betrachten und sagen, wunderbar, die Sowjetunion gibt es nicht mehr, die große Widersache der USA ist nicht mehr da, aber es ist eine neue Entwicklung eingetreten, die uns bis in die Gegenwart begleitet. Um die Sowjetunion zu besiegen, sind die Amerikaner mit den Saudis und den Pakistanern ein merkwürdiges Bündnis eingegangen. Und dieses Bündnis hatte zur Folge, dass die Mujahedin, die Glaubenskämpfer, bewaffnet wurden im Kampf gegen die sowjetischen Besatzer und ihnen viel Schaden zugefügt haben. Aus diesen Mujahedin allerdings sind dann nach dem Abzug der Sowjets 1989 aus Afghanistan die Taliban und auch Al-Qaida hervorgegangen. Und Osama Bin Laden war einer von denen, die enge Kontakte unterhielten zum amerikanischen Konsulat in Peshawah, im Nordwesten Pakistans, und sehr viel Waffen und Geld aus den USA empfangen hatten über die dortigen Geheimdienste, die CIA insbesondere, mit dem Ziel, diesen Krieg in Afghanistan voranzutreiben. Warum Saudi-Arabien? Saudi-Arabien ist der große geostrategische Rivale des Iran. Saudi-Arabien beansprucht für sich, die Führungsmacht innerhalb des sunnitischen Islam darzustellen. Saudi-Arabien hat panische Angst vor revolutionären Entwicklungen, denn das dortige System ist eines, das geprägt wird von einem ultrakonservativen sunnitischen Islam, wahhabitische Ausrichtung. Was bedeutet Wahhabismus? Es ist ein Name, der sich bezieht auf den Begründer einer ultrakonservativen, man könnte auch sagen, reaktionären Ausrichtung innerhalb des sunnitischen Islam, die eine totalitäre Sicht auf die Welt predigt. Islam bedeutet für Abdel Wahab, der im 18. Jahrhundert lebte, die vollkommene Unterordnung, nicht allein unter Gott, sondern vor allem unter die Dynastie der Al-Saud, nach denen Saudi-Arabien benannt ist. Die Al-Saud sind ein Clan gewesen von vielen, ein Stamm, der über 150 Jahre hinweg immer wieder versucht hat, das heutige Saudi-Arabien unter seiner Führung zu vereinigen. Mit äußerster Brutalität ist dieses auch gelungen und in dem der Clan der Al-Saud ein Bündnis eingegangen ist mit einem ultrareaktionären, religiösem Verband hatten die Sauds eine religiöse Legitimation für ihre Eroberungsfeldzüge. Und gleichzeitig mussten die Sauds darauf achten, den Wahhabiten zu entsprechen, den Anhängern der Lehre von Abdel Wahab, damit die nicht eines Tages auf die Idee kommen, zu sagen, ihr Sauds, ihr seid ja gar nicht mehr religiös und gläubig, ihr habt den Weg des Glaubens verlassen. Das erklärt deren Ultrakonservatismus, der Wahhabiten, warum in Saudi-Arabien bis heute Frauen nicht Auto fahren dürfen. Denn aus Sicht der Wahhabiten wäre das ein Zugeständnis, das gleichbedeutend wäre, mit dem Eingeständnis, erstens einer fragwürdigen Ideologie gefolgt zu sein und zweitens würde es gesehen als ein Machtverlust. Wir wollen das nicht, dass die Frauen Auto fahren, haben sie zur Zeit, haben wir es ja auch nicht getan. Und deswegen sehen wir auch keine Veranlassung, hier falsche Kompromisse zu machen. Und die Sauds wiederum, die Dynastie dort, der saudischen Familie, muss auf diese Gefühle Rücksicht nehmen und es ist für die jeweiligen Herrscher ein großer Balanceakt, die Macht so auszuüben, dass die Wahhabiten nicht abspenstigt werden. Der jetzt verstorbene König, Abdallah, war durchaus klug. Er hat erkannt, dass er sein Land entwickeln muss, weil er sonst Gefahr läuft, von diesen Ultrakonservativen in eine Sackgasse gefahren zu werden. Und er hat aber erkannt, dass es keinen Sinn macht, die Konfrontation mit den Wahhabiten zu suchen, die ihr Kernland haben um die Hauptstadt Riyadh herum. Er hat stattdessen versucht, insgesamt sieben wirtschaftliche Städte zu entwickeln, vor allem in der Region nördlich und südlich von Jidda am Roten Meer, mit dem Ziel, hier Inseln der Prosperität zu schaffen, die als wirtschaftlicher Magnet wirken, die Jugend anziehen, auf das sie dort arbeitet, und dann, wenn man dort arbeitet, hat man natürlich einen sehr viel weltoffeneren Zugang zur Welt, als wenn man in den Bergen rund um Riyadh lebt und dann mit diesen ultrakonservativen Klerikern zu tun hat. Es war also durchaus ein geschickter Schachzug, aber der Fortschritt ist in Saudi-Arabien eine Schnecke. Die Revolution in Iran war aus saudischer Sicht eine gefährliche Provokation des eigenen Machtanspruchs. Und um die Iraner, die iranische Revolution, revolutionär und an Progressivität zu überflügeln, beschloss man in Riyadh, dieses sicherheitshalber zu tun, fernab der eigenen Grenzen. Und man hat dann gesagt, wir unterstützen den Dschihad, geführt durch die Mujahedin, das Wort Dschihad steckt bei dem Wort Mujahedin mit drin, die Mujahedin also, die wollen wir unterstützen, von Pakistan aus in ihrem Kampf gegen die sowjetischen Besatzer. Und einer derjenigen, der den Kampf dieser Mujahedin organisiert hat, das war Osama Bin Laden. Und man schätzt, dass Mitte der 1980er Jahre etwa 30.000 sogenannte arabische Afghanen in Pakistan lebten, vor allem in der Region um Peshawar, und darauf warteten, an die Front zu gehen im Kampf gegen die Sowjets. Teilweise kamen die mit ihren ganzen Familien und es war richtig Volksfestatmosphäre, vielfach auch, bis es dann an die Front ging. Und Osama Bin Laden hatte dann die segensreiche Idee, wenn ich so sagen darf, ich sage, Mensch, das sind so viele Kämpfer, ich mache jetzt einfach mal eine Liste, die ich zusammenstelle, von diesen ganzen Glaubensbrüdern, die hier in den Kampf ziehen. Und er hat angefangen, im Grunde genommen eine Datei zu erstellen, dieser Tausenden von Kämpfern, die aus arabischen Ländern als Freiwillige kamen, unterstützt und finanziert von den Saudis und von Pakistan, um in Afghanistan gegen die Sowjet zu kämpfen. Er hat dann also eine Art Register, angelegt und irgendwann wurde das auch publik, dass er dieses Register angelegt hat und aus diesem Register, diesem Basisregister, wie er es nannte, diesem Basisregister, das alle Freiwilligen umfasste, also es war eine Datei von mehreren tausend Leuten, wurde dann ein Register und unter dem Begriff Register wurde das dann auch bekannt, auf arabisch Al-Qaida und so kam es also zu dieser Organisation. Und der Grund dafür, dass Osama Bin Laden seine Loyalitäten, wenn ich so sagen darf, gewechselt hat, erst hatte er mit den Amerikanern gegen die Sowjets gekämpft, dann wurden auf einmal die Amerikaner der Todfeind für ihn und andere radikale Islamisten. Der wesentliche Grund dafür war, dass nachdem Saddam Hussein Kuwait überfallen hatte, hatte er, Osama Bin Laden, die segensreiche Idee, dass er doch eigentlich seine Mujahedin im Kampf gegen den Irak nach Kuwait führen wollte. Davon wollten die Saudis aber nichts wissen, der war ihnen zu radikal. Außerdem haben sich viele Araber, vor allem Saudis, nicht nur Radikale darüber empört, dass die Amerikaner so stark militärisch präsent waren in Saudi-Arabien. Das haben sie als Blasphemie gesehen und auf einmal wurden dann die Amerikaner zum großen Feind und Osama Bin Laden beschloss dann, nicht nur die Amerikaner zu bekämpfen, sondern eben auch diejenigen Regime, die besonders eng mit den USA zusammenarbeiten. Und das sind eben vor allem die Saudis gewesen und sie sind es bis heute. Alles hängt mit allem zusammen. Saddam Hussein hat Kuwait überfallen im Jahr 1990. Warum hat er das getan? Ja, wir sind wieder im Jahr 1953, Sturz von Mossadegh, Islamische Revolution als Antwort darauf im Jahr 1979. Im selben Jahr putschte sich Saddam Hussein an die Macht und er glaubte nun, dass der Iran leichte Beute wäre. Geschwächt durch die Revolution könnte man mal eben in diejenigen Teile im West-Iran einmarschieren, wo sich das ganze Erdöl befindet und so das Gebiet vom Irak ein bisschen erweitern. Allerdings hatte er den Iran gewaltig unterschätzt. Die Iraner hatten große Probleme, den Angriff der Iraker in den ersten zwei Jahren zurückzuschlagen, aber dann hat sich das militärische Blatt gewendet und die Iraner standen im Begriff, den Irak zu besiegen. Nach zweieinhalb Jahren etwa, der Krieg begann 1980. Im Grunde genommen war im Sommer 1982 klar, dass der Iran in Bagdad einmarschieren würde, wenn nicht ein Wunder geschieht. Und das geschah dann in Form eines aktiven Engagements unserer amerikanischen Brüder, die sich gesagt haben, alles, aber nicht das. Es kann nicht sein, dass der Iran diesen Krieg gewinnt. Also hat man angefangen, Saddam Hussein massiv zu bewaffnen. Man hat ihm Kredite gegeben, Darlehen, alles Mögliche. Und dieser Krieg hat sich nochmal um sechs Jahre verlängert, bis 1988. Gleichzeitig war damals schon bekannt, dass Saddam Hussein Giftgas einsetzte, nicht nur gegen die Kurden im eigenen Land. Bekannt geworden ist Halabschah im Jahre 1988, ein Angriff mit über 5000 Gastoten, sondern auch die Soldaten, die iranischen Soldaten an der Front wurden also mit Gas belegt und es starben viele und die Iraner haben das vor den Vereinten Nationen noch immer wieder zur Sprache bringen wollen, aber die Amerikaner haben dieses Thema immer blockiert, auch deswegen, weil das Giftgas, das die Amerikaner, das die, das Irak bekam, das Saddam Hussein bekam, wurde hergestellt in den USA, Frankreich, Deutschland überwiegend und es wurde sozusagen nicht publik gemacht. Erst nachdem Saddam Hussein, der große Verbündete der USA im Kampf gegen den Iran, nachdem er Kuwait überfallen hatte 1990, man kann sagen, etwas despektierlich, die wichtigste Tankstelle der USA in der Region neben Saudi-Arabien, in dem Moment erst fiel Saddam Hussein in Ungnade. Das ging natürlich nicht und entsprechend haben die Amerikaner reagiert, indem sie nicht nur Saddam Hussein vertrieben und seine Armee aus Kuwait, Kuwait wieder befreiten mit Hilfe einer internationalen Koalition, sondern es begann dann eine lange, lange Leidenszeit für die Iraker, die einen furchtbaren Preis dafür bezahlten, dass Saddam Hussein Kuwait überfallen hatte, weil der Irak nunmehr mit Sanktionen überzogen wurde, die es in dieser Form noch nie gegeben hat in der modernen Geschichte. Aber der Reihe nach, warum hat Saddam Hussein Kuwait überfallen? Ja, im Grunde genommen aus, wie soll ich sagen, pekunieren Gründen. Er war klamm. Er hatte kein Geld mehr. Der Krieg hatte Milliarden gekostet, selbstverständlich. Der Irak war bankrott. Die Saudis hatten ihm Geld gegeben, die Golf-Araber hatten ihm Geld gegeben, damit der Krieg führt, gegen den Iran. die Amerikaner hatten großzügig Darlehen gewährt. Diese Darlehen aber verbunden mit der Auflage zum Beispiel ihren Bedarf an Weizenimporten, die sie brauchten, ausschließlich aus den USA zu importieren. 1988 jedenfalls war der Irak pleite. Das Land hatte schlichtweg kein Geld mehr und verzweifelt versuchte das Regime damals, die Amerikaner und die Saudis dazu zu bringen, die Schulden zu erlassen und ihnen Kredite zu gewähren, was sie aber nur mit sehr großen Einschränkungen taten. Dann kam es zu Spannungen mit Kuwait, vor allem um das gemeinsam ausgebeutete Ölfeld Rumaila, das sowohl von Irak und Kuwait ausgebeutet wurde. Kurzum, irgendwann sagten sich Saddam Hussein und Design, prima, wir fallen in Kuwait ein, denn dann sind wir der größte Erdöl-Exporteur weltweit und dann können wir die Preise auf dem Ölmarkt diktieren und dann können wir uns auf diese Art und Weise wieder sanieren. Ja, so weit, so gut. Wer hat ja die Rechnung und ihnen wird gemacht, denn er hätte eigentlich wissen können, es gab mehrere amerikanische Diktrien, Doktrinen, darunter eine aus dem Jahre 1980, die klipp und klar besagte, dass die Amerikaner gegebenenfalls auch mit Gewalt gegen alle diejenigen vorgehen, die ihre, die amerikanischen Sicherheits- und Erdölinteressen bedrohen und so kam es also zu dem Einmarsch in Kuwait und zu dem Rauswurf von Saddam Hussein. Ein Mysterium in diesem Zusammenhang war, dass im Grunde genommen die Amerikaner sehr genau wussten, dass die Iraker ihre Truppen zusammenzogen vor den Grenzen von Kuwait, aber noch eine Woche vor dem Angriff traf sich die amerikanische Botschafterin in Bagdad mit Saddam Hussein, April Gillespie, die ihm erklärte, dass man von amerikanischer Seite aus verstehen könne, dass er, Saddam Hussein, Grenzstreitigkeiten habe mit Kuwait, dass er unbedingt Geld brauche, um sein Land neu aufzustellen und aus amerikanischer Sicht seien das regionale Probleme, in die man sich nicht einmischen werde. Das hat Saddam Hussein in gewisser Weise verstanden als Einladung zum Angriff und warum diese Botschafterin damals diesen Spruch in dieser Form getätigt hat, das verwundert Historiker noch heute, hätte sie damals mit der Faust auf den Tisch geschlagen, vielleicht wäre der Lauf der Geschichte dann ein anderer geworden. Nachdem also Kuwait befreit war oder anders gesagt, als Saddam Hussein einmarschiert war in Kuwait, haben die Vereinten Nationen sehr weitreichende Wirtschaftssanktionen gegen den Irak verhängt. Nun war ja Kuwait befreit 1991 im Februar, rein theoretisch hätte man jetzt die Sanktionen wieder aufheben können, aber so zu denken heißt dann doch, das Imperium zu unterschätzen, denn aus amerikanischer Sicht war es völlig unakzeptabel, dass ein Herrscher auf die Idee kommt, ein anderes Land zu überfallen und die Amerikaner haben gemeinsam mit den Briten im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eine Resolution nach der anderen durchgepeitscht, die im Grunde genommen die wirtschaftlichen Aktivitäten im Irak weitgehend zu einem Stillstand brachten und das Ergebnis war verheerend, vor allem für die irakische Zivilbevölkerung, es wurden vor allem auch keine Medikamente mehr ins Land gelassen und das Ergebnis war, dass es innerhalb von zwei, drei Jahren nichts mehr gab an Medikamenten. Ich war selber zu der Zeit zweimal im Irak und sie bekamen in Bagdad damals selbst Pflaster oder Mullbinden nur mit Mühe. Eine Krankheit zu haben wie Krebs oder Diabetes oder Krankheiten, die im Grunde genommen leicht heilbar sind, Allergien, waren im Prinzip im Irak ein Todesurteil, sofern man nicht das Geld hatte, nach Jordanien zu fahren und sich dort behandeln zu lassen. Es gab nichts mehr in diesem Land an Medikamenten und an medikamentöser Versorgung. Das war sozusagen die Bestrafung der irakischen Zivilbevölkerung dafür, dass Saddam Hussein an der Macht war. Die Hoffnung war offenbar, dass sich die Bevölkerung dann erhebt gegen ihren Unterdrücker. Das Gegenteil ist geschehen. Die Menschen in ihrer Not haben sich erst recht Saddam Hussein unterworfen. Als Ergebnis dieser Sanktion sind über eine Million Menschen gestorben, darunter etwa 500.000 Kinder, bis es dann zum Krieg kam 2003. Das ist ein, man kann sagen, Verbrechen westlicher Politik, das im öffentlichen Bewusstsein so gut wie gar nicht vorkommt. Und wenn man sich die Frage stellt, wie eigentlich diese Verrohung der Moral und die Bestialität des Islamischen Staates von heute zu erklären ist, dann muss man eingehen auf diese Phase in den 1990er Jahren. Damals war der Irak ein Land mit einer sehr, sehr ausgeprägten, starken, bürgerlichen Mittelschicht, mit einem intellektuellen Leben, mit Leuten, die gut Geld verdienten. Es war nicht unüblich, dass Hochschullehrer beispielsweise ihren Urlaub in der Schweiz verbrachten mit ihrer Familie. Als Ergebnis dieser Sanktion wurde der gesamte Mittelstand in die Verarmung getrieben. Es gab eigentlich im Irak nur noch zwei soziale Schichten, ganz oben, vielleicht 5 Prozent der Bevölkerung und der Rest arm, aber wirklich arm. Die wussten kaum, wie sie über die Runden kommen. Horrende Inflation und wenn sie Angestellter sind oder Beamter und sie haben Festeinkommen und die Inflation, Jahresinflation nicht bei 500 Prozent, denn sie spätestens nach einem Jahr haben sie dann nichts mehr. Und es war wirklich, also es waren furchtbare soziale Verhältnisse und alles, was an Zivilität oder an Bürgerlichkeit, an moralischen Werten vorhanden ist in einer Gesellschaft, geht natürlich dann völlig für die Hunde. schätzungsweise 500.000 Kinder, also die Hälfte dieser Toten waren Kinder, als Ergebnis dieser Sanktion. Es gibt ein Interview, das ich auch zitiere, mit Madeleine Albright, damals Außenministerin. Sie sagte 1996 in einem Interview mit dem amerikanischen Nachrichtenmagazin 60 Minutes auf CBS gesendet. Da fragte der Interviewer sie, es seien ja nun 500.000 Kinder im Irak gestorben, das sind mehr, als Kinder gestorben seien in Hiroshima. Ob das denn den Preis wert sei? Und Madeleine Albright antwortet, ja, das ist ein hoher Preis, aber wir denken, dass es wert ist, diesen Preis zu zahlen. Also die Nonchalance, mit der die Mächtigen dieser Welt darüber befinden, wo auf der Welt Menschen sterben und wo nicht, sucht schon ihresgleichen. Als Ergebnis dann dieser Intervention von Kuwait, also als Saddam Hussein Kuwait überfiel, war eigentlich in den USA klar, der Mann muss weg. Nur, wie stellt man das an? Wie kann man das machen? Wie kriegt man ihn los? Und die Sanktionen haben eben nicht funktioniert. Ich meine, die Menschen haben einen furchtbaren Preis bezahlt, aber das Regime saß dennoch relativ gut und fest im Sattel. Dann kam es zu den Anschlägen des 11. September 2001 und im Grunde genommen war damit sozusagen der Countdown gesetzt für den Einmarsch im Irak zwei Jahre später. Eigentlich schon einen Tag nach dem 11. September haben sich die Verantwortlichen in Washington zusammengesetzt und sich überlegt, wo fangen wir zuerst an, Krieg zu führen, in Afghanistan oder im Irak. Und es war wohl wesentlich Colin Powell, der dafür plädierte, erst einmal in Afghanistan aufzuräumen, weil das der Öffentlichkeit besser zu vermitteln wäre. Weil dort eben die Taliban lebten, dort war Osama Bin Laden beheimatet und erst Afghanistan, dann Irak. Das war so die Abfolge, obwohl es schon damals klar war, dass Saddam Hussein mit den Anschlägen des 11. September nichts zu tun hatte, auch wenn das immer wieder behauptet wurde. Parallel zu den Sanktionen, die dann in den 1990er Jahren den Irak heimsuchten, wurde behauptet, Saddam Hussein verfüge über Massenvernichtungswaffen. Und die Inspektoren der internationalen Atomenergiebehörde haben jahrelang gesucht, nichts gefunden. Und die Quintessenz war eben nicht zu sagen, naja, wenn die nichts finden, dann haben die wohl keine Atomwaffen oder Massenvernichtungswaffen die Iraker, sondern die Botschaft war, die haben noch nicht genügend gesucht. Denn diese Sanktionen waren gekoppelt an diese Frage mit den Massenvernichtungswaffen. Also Sie sehen, wenn die Mächtigen dieser Welt entschlossen sind, ein Volk zugrunde zu richten oder ein Land zu zerstören, dann kann man das relativ mühelos tun. Das ist alles nur eine Frage der Inszenierung und der medialen Vorbereitung. Es muss einem nur gelingen, einen bestimmten Schurken so sehr zu dämonisieren, dass jeder Gedanke mit einem solchen Politiker, so schlimm er sei, auch nur zu reden, Appeasement sei und im Grunde genommen einem neuen Hitlerismus den Weg weisen würde. Und weil die Guten mit den Bösen natürlich nicht reden können, haben sie eigentlich nur die zivilisatorische Alternative, das Böse, vom Antlitz der Welt zu tilgen. Das betrifft Leute wie Saddam Hussein, aber auch Gaddafi und andere und im Augenblick erleben wir eine ähnliche Inszenierung, vor allem mit Blick auf Wladimir Putin. Die Kontinuitäten in der Art und Weise, wie Stimmung gemacht wird gegen bestimmte Akteure, ist schon bestechend. Nichts spricht dafür, jetzt Saddam Hussein hochleben zu lassen. Der Mann war natürlich ein furchtbarer Verbrecher und übler Diktator, aber er wurde zu dem, was er war, in seiner ganzen Monstrosität, weil ihn die Amerikaner mit Waffen und Geld unterstützt hatten. Man kann sagen, dass westliche Politik generell eigentlich alle Kriminellen unterstützt, solange sie nur pro-westlich sind. Erst in dem Moment, wo sie nicht pro-westlich sind, werden sie zu Gegnern stilisiert, die man dann gegebenenfalls mit Hilfe von militärischen Interventionen oder aber mit Hilfe von Wirtschaftssanktionen zu eliminieren versucht. Alles hängt mit allem zusammen in der Region und die Abfolge der zeitlichen Ereignisse wird immer dichter. 26 Jahre lagen zwischen dem Sturz von Mossadegh und der iranischen Revolution 1979. Jetzt aber kommt die Taktfolge, sie wird immer kürzer. Wer hätte vor zwei, drei Jahren den islamischen Staat gekannt, außer einigen wenigen Experten? Heute kennt ihn jeder und viele tun so, als sei das eine völlige Überraschung, dass es den islamischen Staat gibt. Nein, das ist eigentlich keine völlige Überraschung, sondern die logische Konsequenz einer falschen Politik, die sich unbeschadet aller gemachten Erfahrungen fortsetzt in der Region. Die Amerikaner haben also 2003, wie Sie wissen, das ist ja alles Zeitgeschichte, im Rahmen einer Koalition der Willigen sind sie im Irak einmarschiert, wieder jedes Völkerrecht, dass Saddam Hussein ein Verbrecher war, geschenkt, müssen wir nicht ernsthaft darüber diskutieren, das war ja natürlich. Aber wie das so ist mit Verbrechern, man kann sie ja stürzen, nur dann was? Wenn man keinen Plan hat für den Tag danach, dann ist das ziemlich schlecht. Genau dieses Dilemma hatten die Amerikaner. Sie haben also Saddam Hussein gestürzt im Rahmen dieser Koalition der Willigen mit ihren treuesten Verbündeten, den Briten. Auch interessant, diese Kontinuitäten zu sehen, von Mossadegh bis in die Gegenwart, Amerikaner und Briten sozusagen, ja, also eng verbündet. Und 2003, also der Sturz von Saddam Hussein und kein Plan für den Tag danach. Die Amerikaner haben dann viele Dummheiten begangen, in der Art und Weise, wie sie im Irak aufgetreten sind. Und die größte Dummheit, die sie begangen haben, war, die irakische Armee, die Geheimdienste und die Ba'ath-Partei, die Wiedergeburtspartei von Saddam Hussein zu verbieten. Dadurch wurden quasi über Nacht Hunderttausende arbeitslos. Und die meisten dieser Arbeitslosen wussten, mit Waffen umzugehen. Der Irak ist ein Land, wie viele Staaten im Nahen Osten, die völlig anders aufgestellt sind, als die Staaten bei uns in Europa. Es sind Staaten, in denen es keine bürgerlichen Mittelschichten so stark gibt wie hier in Europa. Im Irak gab es, aber die wurden komplett vernichtet durch diese Wirtschaftssanktionen. Wenn aber ein Staat völlig zusammenbricht und es keine Ordnung mehr gibt und die Leute versuchen müssen zu überleben, was macht man in so einer Situation? Dann ist Individualität nicht mehr gefragt, sondern braucht man eine Gruppe, ein Kollektiv, eine Solidargemeinschaft, die hilft zu überleben. Und das ist im Kontext einer östlicher Gesellschaften zunächst einmal der Clan, also die erweiterte Großfamilie, dann der Stamm, zu dem man gehört, die religiöse Gruppierung und die Ethnie, die Volksgruppe. Im Irak also die Frage, bin ich Kurde oder bin ich Araber? Ethnische Zugehörigkeit. Oder die religiöse Frage, bin ich Sunnit oder bin ich Schiit? Bis zum Sturz von Saddam Hussein war die Frage, ob man Sunnit oder Schiit ist, im Irak eigentlich zweitrangig. Im Alltag spielte das kaum eine Rolle und es gab viele Misch-Ehen. Bagdad war eine gemischte Stadt. Viele Misch-Ehen, hier lebten Schiiten, da Sunniten in derselben Straße, alles kein Problem. Allerdings hatten die Sunniten immer die Macht ausgeübt. Im Irak seit osmanischer Zeit, obwohl sie nur 20 Prozent der Bevölkerung stellen. Die Bevölkerungsmehrheit liegt auf Seiten der Schiiten. Und nun kam es also zum Sturz von Saddam Hussein zu demokratischen Wahlen. Im Westen glaubt man, wenn man formelle Wahlen abhält und man hat dann einen Wahlsieger, dann ist sozusagen alles wie im Westen. Das ist natürlich nicht der Fall, sondern wir haben stattdessen eine Situation gehabt, wo die Schiiten auf einmal an der Macht waren. Ist ja logisch, ein Schiit wählt eine schiitische Partei, Sunniten eine sunnitische Partei, ein Kurde eine kurdische Partei und so weiter. Also hatten die Schiiten die Macht, was haben die getan? Erst einmal Rache geübt für Jahrhunderte der Unterdrückung. Das Erdöl im Irak befindet sich im Norden bei den Kurden und bei den Schiiten im Süden. Die Sunniten im Zentrum gehen leer aus. Da ist kein Öl. Dummerweise. Sie brauchen also Geld aus Bagdad und der wichtigste Arbeitgeber im Irak ist der Staat. Und die Schiiten sagen, also sie arbeiten viel mit ihrem Mittelfinger, der irgendwie so nach außen sich drängt gegenüber den Sunniten. Die Botschaft war, ihr habt nichts mehr von uns zu erwarten. Die Schiiten haben alles getan, die schiitischen Politiker, um die Sunniten zu marginalisieren. Das Ergebnis war, dass die sunnitischen Stämme den Aufstand gewagt haben gegen die schiitische Zentralregierung und gegen die amerikanischen Besatzer, um ihren Machtverlust auszugleichen. Eine der Gruppen, die damals den Aufstand machten, war Al-Qaida. Aber das war eben nur eine von vielen. Es war im Grunde genommen eine Volkserhebung der Sunniten, kann man sagen. Die Amerikaner haben es aber immer so dargestellt, als würden sie Al-Qaida bekämpfen im Irak. In Wirklichkeit haben sie die Aufstandsbewegung der Sunniten bekämpft, die entstanden ist als Reaktion auf die blödsinnige Entscheidung der amerikanischen Regierung, namentlich des damaligen stellvertretenden Verteidigungsministers Paul Wolfowitz, die irakische Armee aufzulösen. Al-Qaida im Irak hat sich dann sehr schnell überlebt, vor allem deswegen, weil Al-Qaida im Irak mehr so diese internationalistische Agenda hatte, nach dem Motto, wir wollen ein zweites 9-11. Aber die Iraker, die Sunniten im Irak wollten das nicht, das hat die nicht interessiert, denen ging es um Bagdad. Und da ist eine neue Bewegung entstanden, nachdem Zakaoui, der Führer von Al-Qaida im Irak, 2006 von den Amerikanern getötet worden war. Und diese neue Bewegung nannte sich dann recht bald Islamischer Staat im Irak. Und dieser Islamische Staat, der verschiedene Führer hatte, bis dann Kalif Ibrahim 2008 anfing, die Führung zu übernehmen, war zunächst eine inner-irakische Veranstaltung, gut vernetzt in den dortigen Stämmen. Und wahrscheinlich wäre aus diesem Islamischen Staat im Irak eine lokale Aufstandsbewegung geblieben, wäre nicht ein zweiter Konflikt hinzugekommen, der das Ganze noch mal explosiv hochgejazzt hat, nämlich der Krieg in Syrien. Der Krieg in Syrien war zunächst einer, der erwuchs aus einer Aufstandsbewegung gegen das Regime von Bashar al-Assad. Und aus dieser Aufstandsbewegung wurde dann sehr schnell ein Stellvertreterkrieg. Ein Bürgerkrieg zunächst einmal und dann ein Stellvertreterkrieg. Die Frage, welche religiöse Gruppe, welche ethnische Gruppierung, ist sehr, sehr wesentlich. Im Nahen Osten, vor allem dann, wenn Staaten zerfallen. Ich muss noch nachtragen, dass im Zuge der gewalttätigen Auseinandersetzung im Irak Bagdad eine geteilte Stadt wurde. Sunniten mussten von Schiiten dominierte Viertel verlassen und umgekehrt. Weil wer als Sunnit in eine schiitische Straßensperre gerät, der überlebt nicht. Und umgekehrt. Also wurden Familien getrennt, Stadtviertel getrennt, überall sind Mauern in Bagdad und kein Sunnit würde so tollkühn sein, in ein schiitisches Viertel zu gehen oder umgekehrt. Sie haben verfolgt, es gab jetzt eine Offensive der irakischen Armee gegen die Stadt Tikrit, die Heimatstadt von Sanem Hussein, eine Hochburg der Sunniten. Diese Offensive ist jetzt abgebrochen worden. Warum? Ist doch ganz klar. Hochburg der Sunniten, die irakische Armee greift an. Die irakische Armee, wer ist das? Das sind Schiiten. Und nicht nur die irakische Armee hat gekämpft, sondern auch schiitische Milizen, die vom Iran unterstützt und bewaffnet werden. Die Sunniten denken doch nicht daran, sich von denen befreien zu lassen. Wenn die die Alternative haben, islamischer Staat oder schiitische Miliz, wählen die den islamischen Staat. Da geht es nicht um Ideologie, sondern ums Überleben. Denn eine schiitische Miliz, die Tikrit erobert, die Heimatstadt von Saddam Hussein, der so viel Unheil gebracht hat über die Schiiten, das überlebt man im Zweifel nicht. Die Menschen dort unter solchen Bedingungen, wenn ein Staat zertrümmert ist, denken nicht in irgendwelchen heeren Sphären, Demokratie, Freiheit, Menschenrechte. Sie sind vielleicht Stammesvorsteher eines Dorfes und die Amerikaner kommen zu ihnen und sagen, hey Bruder, wir brauchen dich, du kriegst Waffen, du kriegst Geld, du kämpfst gegen Al-Qaida oder gegen den islamischen Staat. Dann sage ich als Stammesführer natürlich, klar, logisch, mache ich. Ich lege mich doch nicht mit den Amerikanern an. Ich weiß allerdings auch, wenn ich nicht ganz blöd bin, dass sie es ja nicht tun, weil ich so ein toller Typ bin, sondern sie brauchen mich als jemanden, der für sie kämpft. Wenn zwei Monate später die Frontlinien sich verschoben haben und auf einmal kommen zum Staat und sagen mir, hör zu Dorf Schulze, entweder du kommst zu unserer Seite und kämpfst auf unserer Seite mit gegen die Amerikaner oder wir machen ein Dorf platt. Ja, ist doch klar, was die betreffende Person dann tut. So können sich also Allianzen ändern von einem Tag auf den anderen. Das hat nicht zu tun mit Ideologie oder sonst wie, sondern es geht einfach nur ums Überleben. Und das ist ja auch ein sehr starkes Motiv. Das muss man wissen, um zu erkennen, warum es eine Unterscheidung in Gut und Böse in solchen Konflikten, wo alles zertrümmert ist, nicht geben kann. Im Syrien gibt es eine Bevölkerungsmehrheit der Sunniten, also anders als im Irak. Dort haben die Schiiten die Mehrheit. In Syrien haben die Sunniten die Mehrheit. Aber wer hat die Macht? Die Alawiten. Eine religiöse Minderheit, die vielleicht 15% des Landes ausmacht, gilt gemeinhin als schiitische Sekte. Sie haben die Macht und die waren aber nicht doof, die Leute um Hafez al-Assad, dem Vater des jetzigen Diktators Bashar al-Assad, gesagt, wenn ich als eine kleine Minderheit die Macht ausübe in einem ganzen Land, brauche ich Bündnispartner. Was hat also Bashar al-Assad gemacht und Hafez al-Assad, sein Vater? Sie haben der sunnitischen Mittelschicht, den Händlern und Handwerkern in der Hauptstadt Damaskus und in der Wirtschaftsmetropole Aleppo signalisiert, hört zu Leute, ihr könnt Geld verdienen, so viel ihr wollt, interessiert uns überhaupt gar nicht, könnt ihr alles machen, aber stellt nicht die Machtfrage. Die Macht haben wir, aber wir lassen euch Geld verdienen, so viel ihr wollt. Dieselbe Botschaft haben die Alawiten gerichtet an die anderen religiösen Minderheiten, vor allem die Christen und die Drusen. Betet an, wen immer ihr anbeten wollt, unseren Segen habt ihr, wir werden nicht versuchen, euch zu missionieren, interessiert uns nicht im Geringsten, lebt euer Leben, stellt aber nicht die Machtfrage. Und dieser Deal hat eigentlich über Jahrzehnte funktioniert. Dann kam es zum Aufstand in Syrien. Wer hat diesen Aufstand getragen? Vor allem verarmte sunnitische Schichten aus den Vororten der Großstädte und aus den ländlichen Gebieten, vielfach mussten die Bauern ihre Heimat verlassen aufgrund von Dürre und anderen Katastrophen. Es war die sunnitische Unterschicht, die ärmeren Sunniten diesen Aufstand gemacht haben. Aber anders als in Ägypten beispielsweise, wo wirklich fast das gesamte Volk gegen Mubarak aufgestanden ist, waren es in Syrien nie mehr als die Hälfte der Bevölkerung, die gegen Bashar al-Assad aufgestanden ist. In den westlichen Staaten hat man sich gesagt, wunderbar, Aufstand, prima, finden wir toll, weg mit Bashar al-Assad. Warum nicht? Weil er ein Diktator wäre, das interessiert nicht, sondern Syrien ist der engste Verbündete des Iran in der arabischen Welt und über Syrien erfolgt der Waffennachschub für die Hezbollah, die Partei Gottes, eine Schiiten-Miliz im Libanon. Sie sehen, alles hängt mit allem zusammen. Das Kalkül des Westens, konkret der USA, mit ihnen der Europäer, der Türkei und der Golfstaaten war, prima, wir stürzen Bashar al-Assad, setzen ein sunnitisches Regime ein und was passiert? Die privilegierten Beziehungen mit Teheran sind beendet, Hezbollah kriegt keinen Waffennachschub mehr aus dem Iran, Ende zu Ende gut, alles gut. Aber es kam anders, weil die Aufstandsbewegung zu schwach war, Bashar al-Assad zu stürzen und weil der Iran, Russland und China an Bashar al-Assad festhalten. Warum? Weil sie nicht wollen, dass der Westen sich ein weiteres Land unter dem Nagel reißt, nach den Ereignissen in Libyen. Auf die ganzen Einzelheiten will ich jetzt nicht eingehen, das können Sie alles in meinem Buch nachlesen. Es ist wirklich, wirklich, es greift so ineinander, diese ganzen Konflikte, es ist, es liest sich wirklich wie ein Krimi, es ist ein Krimi, aber es ist eben reale Politik, reale Machtpolitik. Und das ist das Beängstigende, weil es stellt sich die Frage, wohin führt das Ganze? Und ja, in Syrien also war die Situation die, dass der Westen irgendwann erkennen musste, Bashar al-Assad ist nicht zu stürzen. Und Bashar al-Assad ist nicht doof, ist nicht dumm, er ist skrupellos, machiavellistisch, aber sehr brillant. Er hat erkannt, ich kann das ganze Land nicht zurückerobern, ich konzentriere mich auf das Kernland, also die alauitischen Siedlungsgebiete und die wirtschaftliche Lifeline, die Lebensader, ungefähr die Linie von der jordanischen Grenze über Damaskus bis nach Aleppo und den Streifen rüber dann zum Mittelmeer. Die ganzen Gebiete entlang der Grenze zur Türkei und dem Irak aber hat er sich selbst überlassen. Hier entstand ein Machtvakuum und dieses Machtvakuum wurde gefüllt von verschiedenen islamistischen Milizen und dann dem islamischen Staat, der vom Irak aus nach Syrien aufgebrochen ist, dort großes Territorium erobert hatte, vor allem die Ölquellen um Derasur im Osten Syriens, eine Haupteinnahmequelle für den islamischen Staat und er wurde so mächtig und einflussreich dort, dass er dann im letzten Sommer den Durchmarsch gemacht hat in die sunnitischen Gebiete im Irak, die er noch nicht kontrolliert hat. Und da erst wachte man im Westen auf, oh ja, da gibt es ja eine Bewegung islamischer Staat, wo kommen die denn her? Ja, aber die waren schon die ganze Zeit da, man hat sie nur nicht so registriert und wahrgenommen, aber es gab sie und der islamische Staat ist, um es klar und deutlich zu sagen, made in USA. Er ist genauso made in USA oder made by USA wie Al-Qaida von den Amerikanern im Grunde genommen erschaffen worden ist, weil man in den USA nicht versteht, dass militärische Interventionen in der Regel nicht das bewirken, was man sich von ihnen erhofft. In dem Moment, wo man Regime beseitigt, in dem Moment, wo man eingreift in die Innenpolitik bestimmter Staaten, in dem man von außen versucht, eine Ordnung einzusetzen, die im Interesse westlicher Politik agiert, schafft man Chaos, Staatszerfall und Anarchie und das Ergebnis sind dann radikale islamistische Bewegungen wie der islamische Staat. In Libyen können wir sehen, wie der Sturz von Gaddafi zufolge hatte, dass dessen Söldner, die vor allem aus Schwarzafrika gekommen sind, mit ihren Waffen Richtung Süden gezogen sind auf der Suche nach neuen Bündnispartnern und auf der Suche nach Beute. Das Ergebnis war, dass parallel zum Sturz oder kurz nach dem Sturz von Gaddafi, erstens Boko Haram 2012 einen enormen Boom erlebte in Nigeria und gleichzeitig der Krieg dann in Mali begann, wo Tuareg-Rebellen gemeinsam mit Islamisten dann versucht haben, die Hauptstadt Bamako zu erobern. Die Franzosen haben also erst mit den Briten gemeinsam und den Amerikanern in Libyen interveniert, um Gaddafi zu beseitigen und mussten dann eine weitere Militärexpedition starten in Richtung Bamako, um die Rebellen von dort wieder Richtung Norden zurück zu treiben. Das nennt man neudeutsch mehr Verantwortung übernehmen. Und das ist genau die Politik der Bundesregierung auch, denn sie will, wie wir wissen seit Bundespräsident Joachim Gauck dieses Wort geprägt hat, mehr Verantwortung übernehmen als Ergebnis von gemeinsamen Think Tank-Sitzungen verschiedener Organisationen. Die Idee der Amerikaner ist, nicht mehr ihre Kriege weltweit alleine führen zu müssen, sondern sie zu delegieren an willige Bündnispartner, darunter eben auch die Europäer. Und das ist gemeint mit mehr Verantwortung übernehmen. Bitte, liebe Briten, liebe Franzosen, macht ihr da den Gaddafi mal weg. Wir helfen euch logistisch, machen auch ein bisschen Bombardements, aber so für die Feinarbeit seid bitte ihr zuständig. Und die Deutschen sind bereit, diese Verantwortung eben auch mit zu übernehmen. Und diese Lieferung von Waffen an die Kurden im Norden des Irak ist sozusagen nur ein Vorspiel dessen, was uns künftig noch erwarten wird in diesem Zusammenhang. Denn es gibt sieben Länder, in die die USA in den letzten Jahren, seit den 1990er Jahren militärisch interveniert haben in der arabisch-islamischen Welt. Entweder direkt militärisch interveniert oder aber mit Hilfe von Drohnen haben sie damit gewirkt. Und in keinem dieser Länder ist es anschließend zu einer Beruhigung der Innenpolitik gekommen. Im Gegenteil, Chaos und Anarchie haben sich freigesetzt und sind nicht mehr zu kontrollieren. Und wenn Sie jetzt Politiker hören, mit Blick auf das, was in Libyen passiert, dann heißt es, auch hier müssen wir militärisch intervenieren, um das Chaos von unseren Küsten fernzuhalten. Man schafft erst Chaos und dann schickt man noch mehr Soldaten, um das Chaos dann einzudämmen. Und das kann natürlich nicht funktionieren. Es ist noch nie einer regulären Armee gelungen, eine Guerilla-Armee zu besiegen. Der islamische Staat ist nicht zu besiegen, weil der islamische Staat sozusagen eine Stammesbewegung ist im Kampf gegen die Bevormundung durch die Schiiten in Bagdad. Gleichzeitig die Ideologie des islamischen Staates ist nicht vom Himmel gefallen, sondern es ist im Grunde genommen eine Neuauflage des wahhabitischen Islam. Der wahhabitische Islam in Saudi-Arabien und die Ideologie des islamischen Staates, das ist ein Bruder und Schwester. Und deswegen kann man den islamischen Staat auch nicht besiegen. Man kann vielleicht sie militärisch zurückdrängen, aber die Idee in den Köpfen wird bleiben und es wird sich nicht ändern, solange diese Staaten dabei sind zu zerfallen und nur noch Rudimente darstellen von Staatlichkeit. Diesen Zusammenhang muss man aber erst einmal erkennen wollen. Das wollen die aber die meisten nicht. Sie sagen lieber, weil es einfacher ist, die Dinge so darzustellen, naja, diese ganze Unruhe, das sind doch alles islamische Länder, ob Libyen, ob Irak, ob Syrien, ob Afghanistan, Saudi-Arabien, überall, wo es kracht und raucht, sind Muslime am Werke. Also es liegt doch am Islam, an dieser Religion. Es ist der Koran, das Handbuch des Terrors. Das ist die vorherrschende Lesart. Alles, was dort passiert, liegt im Koran begründet und dann gibt es Uguren wie Samuel Huntington, die dann vom Kampf der Kulturen oder Clash of Civilization schwadronieren. Nein, diesen Clash of, es gibt keinen Kampf der Kulturen. Es gibt einen Kampf um den schönsten Platz an den Fleischtöpfen. Es geht darum, die Ressourcenverteilung so vorzunehmen, dass einige eben alles wollen und andere nichts abgeben wollen. Aber es gibt keinen Kampf der Kulturen. Die meisten Opfer des islamischen Staates und dieser ganzen islamistischen Terrorbewegung sind ja auch nicht wir, sondern Muslime und zwar gemäßigte Muslime, die mit deren Ideologie nicht zu schaffen haben wollen. Wenn ein Staat erstmal zusammengebrochen ist, dann passiert das, was wir jetzt hier beobachten können im Irak, in Syrien und wenn man die unglaubliche Brutalität verstehen will, dann muss man eingehen auf das, was in den 1990er Jahren im Irak passiert ist. Als Humanist können Sie im Irak nicht überleben. Der Humanismus ist spätestens tot gewesen, als die Sanktionen verhängt wurden gegen den Irak. Seither geht es nur noch ums Überleben. Nur noch um das Überleben. Es gibt keine Familie, die nicht Angehörige verloren hätte durch die Sanktionen oder durch den Krieg. Über zwei Millionen Iraker sind gestorben seit 1990. Also dazu kommen nochmal mehrere hunderttausend Tote im Krieg gegen den Iran. Also ein furchtbarer Blutzoll und der Grund für die Rückständigkeit und für die viele Brutalität und die Ausweglosigkeit in diesem Teil der Welt ist begründet in der Unfähigkeit der jeweiligen Regime, die keinerlei Interesse daran haben, ihre Gesellschaften zu entwickeln und konstruktiv nach vorne zu entwickeln, sondern nur an ihrem eigenen Machterhalt interessiert sind, an dem Erhalt der Macht eines bestimmten Clans, einer bestimmten Gruppe, auf Kosten der anderen. Und jede dieser Gruppen an der Macht weiß natürlich ganz genau, wenn wir die Macht verlieren, dann gibt es eine Nacht der langen Messer, dann werden wir massakriert. Die Ideologie, die Vorstellung derer an der Macht ist immer the winner takes it all und wir werden die Macht verteidigen bis zum letzten Blutstropfen. Das ist genau die Mentalität eines Bashar al-Assad. Das Problem ist nur, dass seine Gegner nicht viel anders ticken als er. Die sind nicht besser als er. Die würden, wenn sie hätten, auch Fassbomben abwerfen auf Zivilisten, um den Feind zu schwächen. Die Vorstellung ist eine Stammesvorstellung. Meine Leute, deine Leute. Ich will alle Macht, du bist mein Feind. Du kannst dich mir unterwerfen. Wenn du das nicht tust, bringe ich dich um. Ja, und diese Kausalitäten sind also sehr unerfreulich und sie werden verschärft durch eine westliche Interventionspolitik, die dazu führt, dass ein Krieg aus dem nächsten entsteht und ein Ende der Gewaltspirale gar nicht abzusehen ist. Und nun komme ich zum Ende. Es gibt so viel zu berichten und zu erwähnen und so vieles hängt mit vielen zusammen. Auf den iranischen Atomstreit bin ich jetzt gar nicht eingegangen, aber der iranische Atomstreit ist natürlich auch ein Ergebnis des Putsches gegen Mossadegh und der iranischen Revolution. Warum will der Westen um jeden Preis den Iran eingehegt sehen? Offiziell aufgrund seiner radikalen Politik, weil er angeblich Israel bedroht, was der israelische Geheimdienst der Mossade allerdings in Abrede stellt. Es gäbe keinerlei Hinweise darauf, dass der Iran eine Atombombe baue, sagen auch amerikanische Geheimdienste. Trotzdem wird aus dem Thema Iran ein riesiges Ding gemacht. Warum? Weil der Iran der einzige Staat ist im weiten Raum zwischen Marokko und Indonesien, der eine nicht pro-westliche Politik verfolgt. Das ist der Grund, warum dieses Land isoliert werden soll, warum dieses Land klein gemacht werden soll. Wer sich nicht den hegemonialen Interessen des Westens, sprich den Vorstellungen der USA unterwirft, der wird nach Möglichkeit klein gemacht. Das gilt nicht nur für die arabisch-islamische Welt, auch für andere Krisenherde auf diesem Globus. Und gleichzeitig erleben wir, dass die Welt insgesamt im Umbruch sich befindet. Die Zeit, wo zwei Machtblöcke sich gegenüberstanden, westliche Welt und Sowjetunion, das ist vorbei. Aber auch die Zeit der Hegemonie nur der einen Seite, nämlich der USA seit 1989, auch diese Ära nähert sich dem Ende. Andere Akteure treten auf in der internationalen Politik. China, Russland, Indien, die BRICS-Staaten, aber auch transnationale Akteure, wie etwa die großen Internetfirmen Amazon, Google und andere. Es gibt ein immer komplexer werdendes Geflecht von machtpolitischen Beziehungen und Gruppierungen, die nach Einfluss verlangen. Und die Antwort der USA darauf ist, ihre Hegemonie um keinen Preis relativieren zu wollen. Die Vorstellung ist also nicht, dass man auf die anderen Akteure zugeht, etwa Russland oder China, nach dem Motto, let's make a deal. Ihr habt eure Interessen, wir haben unsere Interessen. Wir reden jetzt mal nicht über Gut und Böse, sondern wir versuchen pragmatische Kompromisse zu finden. Das genau ist nicht die Herangehensweise der USA und in ihrem Fahrwasser der Europäischen Union, sondern die Vorstellung ist, jeder, der unseren Vorstellungen nicht genügt, nicht folgt, den versuchen wir zu isolieren. Das können sie genauso gut, obwohl ich dieses Thema hier nicht anschneiden werde, weil es ein eigenes abendfüllendes Thema ist. Das können sie im Ukraine-Konflikt wunderbar beobachten. Es gibt sicherlich vieles, gar keine Frage zu kritisieren an russischer Politik und namentlich an Wladimir Putin. Aber die Dämonisierung, der sich Putin ausgesetzt sieht und die Art und Weise, wie in den Medien über Putin berichtet wird, er ist ja offenbar ein Satan, der bisher noch gar nicht so richtig in seiner ganzen Boshaftigkeit erkannt worden ist. Das ist natürlich alles sehr irrational und lenkt davon ab, dass natürlich auch westliche Akteure ein Interesse haben in der Ukraine. Aber westliche Akteure werden niemals über eigene Interessen reden. Sie reden lieber über Moral, sie reden lieber über ihre Werte, die sie verteidigen. Aber wenn man genauer hinguckt, stellt man natürlich fest, dass das alles eine wunderbare Heuchelei ist. Und damit komme ich auch allmählich zum Ende der Themenbereich, der Konfliktbereich, wo man diese Heuchelei westlicher Politik am, wie soll ich sagen, am nachhaltigsten studieren kann, das ist der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern. Ein abendfüllendes Thema, auch ein unerfreuliches Thema, weil bei diesem Thema sofort die Emotionen an der Decke sind. Denn das Problem ist, wenn man die Sache neutral betrachtet, aus der Fugel-Perspektive analytisch, dann muss man sagen, die Politik Israels gegenüber den Palästinensern ist schlichtweg ein klarer Bruch aller möglichen Rechtsnormen. Israel hat nichts verloren in den 1967 eroberten Gebieten. Jede einzelne Siedlung, die dort gebaut wird, ist völkerrechtswidrig. Erzählen Sie das mal einem israelischen Politiker oder jemandem, der israelische Politik für gut und richtig findet. Da kommen dann sofort apologetische Wendungen der Sorte. Ja, aber die Israelis können doch nicht Frieden schließen mit Terroristen. Wenn man dann diesen selben Leuten sagt, dass aber auch die Staatswertung Israels einhergegangen ist mit Terror und Gewalt, wenn man darauf verweist, dass die Staatsgründung Israels einhergegangen ist mit der Vertreibung von rund der Hälfte der palästinensischen Bevölkerung und 800.000 Menschen, wenn sie das machen, dann müssen sie sich warm anziehen. Weil dann gibt es richtig, wie soll ich sagen, Stimmung. Sobald sie, ich will aus eigener Erfahrung, sobald sie in der Öffentlichkeit kritisches und zwar substantiiert kritisches über israelische Politik sagen, können sie davon ausgehen, dass sie mindestens 100 E-Mails am nächsten Tag in ihrem Postfach finden. Viele davon, des Inhaltes vielen Dank, dass man einer Klartext geredet hat, aber der andere Teil, ich will mal sagen, das ist dann schon, das ist fast schon, das ist teilweise ist es schon justiziabel. Also da wird nicht lange gefackelt. Das Problem ist, dass die israelische Politik darauf hinausläuft, das Westjordanland sich kolonial anzueignen. Es geht darum, den Staat Israel auszuweiten bis an die Grenzen des Jordanflusses. Der Gaza-Streifen wird sich selber überlassen, ist abgeriegelt, wird regelmäßig in Abständen niederkartetscht, egal wie viele Tote es dabei gibt. Das interessiert in der westlichen Politik niemanden. Die Vereinten Nationen sagen, dass 2020 der Gaza-Streifen gar nicht mehr bewohnt sein kann, weil es dort schlichtweg keine Ressourcen mehr gibt, die Böden versalzen. Es ist nicht Möglichkeit, es gibt nicht mehr die Möglichkeit, dort Landwirtschaft zu betreiben. Es gibt dort keine Jobs, die Häuser sind kaputt, die Menschen leben unter erbarmungswürdigsten Bedingungen, haben keine Perspektive, sind sich selber überlassen. Und es wird keinen palästinensischen Staat geben, das ist amtlich. Es wird ihn nicht geben. Warum nicht? Weil die Ultranationalisten in Israel, die politisch den Ton angeben, aus ideologischen Gründen niemals das Westjordanland den Palästinensern überlassen werden. Aus ihrer Sicht ist das Westjordanland Judäa und Samaria, Teil des biblischen, des biblisch verheißenen Eretz Israel, jüdisches Land, dass die Palästinenser da sind. Naja gut, warum sind sie denn auch da? Die arabische Welt ist ja groß, sollen sie noch in den Irak auswandern oder in den Sudan, aber jedenfalls das ist Eretz Israel. Und das Leben wird den Palästinensern zur Hölle gemacht im Westjordanland. Wer von ihnen mal dort war, sich mal Hebron angesehen hat, also wer das mal erlebt hat, der wird sehr, sehr nachdenklich. Das ist wirklich rational nicht mehr zu ergründen und das kann man eigentlich auch kaum vermitteln, was dort abgeht, weil wenn man das nicht selber gesehen hat, das glaubt einem keiner. Jedenfalls, wir haben jetzt den Wahlsieg Netanjahus in Israel. Netanjahu hat damit geworben, dass es unter seiner Führung keinen palästinensischen Staat geben wird. Da hat er auch nicht gelogen. Wird es nicht geben. Es wird diesen Staat nicht geben. Punkt, Ende der Durchsage. Jeder, der allen Ernstes noch Begriffe verwendet wie Friedensprozess, weiß entweder nicht, wovon er redet oder er verkauft die Leute für dumm. Der Friedensprozess ist seit Jahrzehnten eine Fassade, die aufrechterhalten wird, um hinter dieser Fassade den israelischen Siedlungskolonialismus fortzusetzen, zu vertiefen und weiterhin so sehr Fakten zu schaffen, dass schlichtweg kein Land mehr bleibt für einen palästinensischen Staat. Die großen israelischen Siedlungsblöcke greifen so sehr rein in das Westjordanland, dass das Westjordanland mittlerweile in drei Teile unterteilt worden ist und sie kommen nicht mehr von einem Teil ins andere oder kaum noch, ohne israelisches Gebiet oder Siedlergebiet durchqueren zu müssen, was aber als Palästinenser kaum geht. Mit anderen Worten, es gibt keinen palästinensischen Staat. Das ist amtlich. Nun könnte man ja als Palästinenser sagen, gut, dann verzichten wir auf unseren Staat. Wir wollen Bürger groß Israels werden mit denselben Rechten und Pflichten wie die Israelis. Dann sind die Israelis ja nicht doof und haben jetzt die Ultranationalisten unter ihnen im November vorigen Jahres ein Gesetz verabschiedet. Die haben nämlich festgestellt, Israel ist ein jüdischer Staat. Da denkt man sich, naja gut, also das ist ja jetzt nicht so neu, diese Erkenntnis. Aber was ist damit gemeint? Die Idee dabei ist, Israel wird das Westjordanland umfassen. Das ist Eretz Israel, Judea und Samaria. Aber es ist jüdisches Kernland. Und weil das Land uns gehört, den Juden, haben auch nur wir das Recht, etwas zu bestimmen in diesem, unserem jüdischen Kernland. Ist ja logisch. Ist ja ein jüdisches Staat, ein jüdisches Land und nicht ein Multikulti-Land oder so etwas. Das bedeutet im Klartext, dass die Palästinenser, die Eingeborenen sozusagen, bitteschön akzeptieren mögen, dass in diesem jüdischen Staat sie auch nichts zu sagen haben. Sie können nicht ihre Bürgerrechte verlangen als Bürger dieses Großisrael, weil sie eben keine Juden sind. Israel nennt sich Demokratie, ist aber auf bestem Weg eine Ethnokratie zu werden, in der eine jüdische Minderheit zwischen Mittelmeer und Jordanfluss über eine nicht jüdische Mehrheit herrscht. Es gibt heute schon mehr Nichtjuden als Juden zwischen Mittelmeer und Jordanfluss. Da es keiner der Perspektive gibt für die Palästinenser, ist doch klar, dass die Radikalisierung sich fortsetzen wird. Zwar bemüht sich die israelische Regierung nach Kräften, die Hamas gleichzusetzen mit dem islamischen Staat, was völliger Blödsinn ist, aber man tut es. Und das ist gefährlich. Gleichzeitig wollen die Ultranationalisten Zugriff haben auf den Tempelberg, auf die Al-Aqsa-Marché. Sie wollen dort beten. Es ist ein sehr, sehr gefährliches Spiel der Ultranationalisten. Wenn der islamische Staat eines Tages auf die Idee kommen sollte, zu sagen, der Kampf um Jerusalem wird zur Glaubenssache für alle von uns, dann kann die ganze Sache sehr gefährlich werden. Sehr, sehr gefährlich werden. Wohin das Ganze führt? Allahu alam, sagen die Araber, Gott weiß es am besten. Keiner kann heute sagen, wie die Region des Nahen und Mittleren Ostens in einem Jahr, in zwei oder in fünf Jahren aussieht. Aber auf jeden Fall, es wird nicht besser werden. Es wird nicht besser werden. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wir haben in Israel einen Ultranationalisten, Netanyahu. In den USA haben wir noch einen Präsidenten, der vergleichsweise, wie soll ich sagen, hat Reste von Vernunft. Die spürt man etwa, die spürt man etwa. Ich glaube, dass Regierung Obama wirklich bemüht ist, mit der Regierung im Iran einen Deal zu machen, weil sie erkannt haben, wir können nicht, die ganze Region zwischen Libanon und Indien ist ein einziges Pulverfass. Überall sind die Staaten zerfallen. Nur der Iran funktioniert noch als Zentralstaat. Und den jetzt auch noch zu zerstören, das wäre ja wohl tollkühn. Genau das wollen die Republikaner aber. Sie haben das verfolgt, dass die Republikaner einen Brief geschrieben haben an die iranische Führung nach dem Motto, es ist doch völlig egal, ob Obama mit euch einen Deal macht. Wir werden den wieder rufen. Ohnehin können die Sanktionen nicht aufgehoben werden durch die USA, denn Obama braucht dafür die Mehrheit im Kongress. Die wird er aber niemals bekommen, denn er ist republikanisch dominiert. Wenn der nächste US-Präsident ein Republikaner sein sollte oder Hillary Clinton heißt, dann können Sie davon ausgehen, dass der Krieg gegen den Iran wieder auf die Agenda kommt. Das ist amtlich. Erinnern Sie sich an meine Worte in zwei oder drei Jahren. Das wird geschehen. Der Iran ist eine Obsession für die Ultrakonservativen in Israel, in den USA. Und das alles wegen des Putsches 1953 gegen Mossadegh. Da fing dieser ganze Irrsinn an. Und jetzt verbinden Sie mal die Krisen dort mit der Krise in der Ukraine. Diese Krisen hängen so weit zusammen, als sie beide Ausdruck sind eines politischen Agierens einer Hegemonialmacht der USA, die aber erleben, dass sie die Grenzen ihrer Macht durchaus spüren. Sie wissen, dass Kriege teuer sind. Man muss diversifizieren, man muss andere mit einbeziehen. Das erleben wir gerade. Im Umgang mit der Ukraine, im Umgang mit dem Iran und anderen Krisenherren. Kurzum, und ich komme zum Ende, die nächsten Jahre werden nicht friedlich werden. Niemand weiß, was passiert. Aber zum ersten Mal seit einigen Jahren, oder zum ersten Mal seit Jahrzehnten, muss man besser sagen, ist wieder eine Situation geschaffen, wo Kriege wieder denkbar werden, auch im großen Maßstab denkbar werden. Und das sollte uns eigentlich zu denken geben. Man hat den Eindruck, dass die politischen Akteure in den westlichen Hauptstädten nicht mehr über den Tellerrand ihre eigenen Befindlichkeiten und unmittelbaren strategischen Orientierungen hinausdenken und nicht das Grundsätzliche betrachten, sondern sie reagieren mehr, als dass sie vorausschauend handeln. Die größten Kritiker russischer Politik, die Grünen insbesondere, würden sicherlich keinen Plan haben, wo eigentlich die Beziehung mit Deutschland zu Russland in zehn Jahren stehen sollen. Und ist Ihnen mal aufgefallen, dass gerade die Grünen, die zur Not auch das Gras wachsen hören, wenn es um Menschenrechtsverletzungen geht, etwa in Russland oder in Saudi-Arabien, niemals sich kritisch geäußert haben oder äußern würden mit Blick auf israelische Politik? Das gibt es schlichtweg nicht. Eher fällt einem Grünen der rechte Arm ab, als dass ein Grüner sagen würde, liebe Freunde in Israel, das geht so nicht, was ihr dort macht. Wenn daher ein Politiker aus dem Westen westliche Werte bemüht, sollte man sehr, sehr kritisch sein. Das ist in der Regel nur Geschwafel, um nicht über Interessen zu reden und über Ideen und Konzeptlosigkeit. Ja, meine Brüder und Schwestern, ich könnte glatt noch weiter, aber ich denke, ich habe jetzt schon lange genug geredet. Es gibt sicherlich auch noch Fragen, können Sie auch alles nachlesen. Aber ich hoffe, den einen oder anderen Denkanstoß hinterlassen zu haben. Und die Hauptbotschaft des heutigen Abends ist, es hängt alles mit allem zusammen. Es hängt alles mit allem zusammen. Glauben Sie nicht den großen Vereinfachern in der Politik und den Medien. Glauben Sie vor allem jenen nicht, die Ihnen zu erklären versuchen, dass das ganze Chaos in der Region verursacht worden sei durch den Islam. Das ist wirklich Quatsch. Die Teleakademie war heute beim Deutsch-Amerikanischen Institut in Heidelberg. Es sprach Dr. Michael Lüders zum Thema, wer den Wind sät, was westliche Politik im Orient anrichtet. Das ist wirklich mein Kind. Aber ich bin dringend. Und das ist wichtig. Das ist wichtig.